hallo und willkommen zurück zur produktion von world war z wir spielen weiter die new york level auf schwer wir haben ja letztes mal schon mal komme was wolle probiert aber haben es nicht geschafft und deswegen sind wir heute noch mal neu dabei auf komme was wolle leider ist der mattes heute nicht online gekommen ich denke da wird auch nicht mehr kommen weil schon nach elf spur ist leider das heißt wir sind nur zu zweit und da sind natürlich unsere chancen ein bisschen bescheiden aber wir versuchen unser bestes was ich natürlich mal machen könnte ist der floh online ins team was das team an ich könnte natürlich mal gucken ob der floh online ist vielleicht unterstützt uns ja der florian ja ich weiß war so lange hinterher noch mal nicht aber er ist ja auch nicht unbedingt jemand der lang aufbleibt soll ich auf ok drücken im team ist er drin ja aber abwesend er wollte ja auch counter strike mit spielen dann ist er auch nicht im kopf ne floh ist auch nicht online nee dann drück ok boah ich bin jetzt gerade richtig fies müde an werden ich kann dir ich habe so ein elektrisches öfchen das kann ich dir gerne leihen ne dann habe ich ja temperatur ich habe ja auch ein heizkörper hier achso denn er ist nicht an beabsichtigt nicht an ja dann bist du es ja selber schuld okay stevie genau haben wir letzten versuch waren wir dann relativ schnell tot das war so schlimm dass ich es noch nicht mal gezeigt habe unser zehn minuten versuch holen na Ambrust. Ist hier nicht irgendwo was versteckt? Ne, doch nicht. Ja, ich fand schon eine Erinnerung. Wow, wo kommt der denn her? Der Böse. Echt jetzt. Irgendein Tombole. Schweres Maschinengewehr. Oh, auch schön. Ich mag die Kettensäge. Für unser Endkampf ist das auf jeden Fall ein gutes Gerät. Man muss allerdings schon sagen, dass das Spiel, denke ich, interessiert, dass wir nur zu zweit sind und es leichter macht. Weißt du, jetzt hast du hier schon mal keinen heftigen Angriff. Wenn du sonst immer hast. Waffengäste. Oh, ein Verbandspaket. Immerhin. Das ist ja etwas. Aber der ist unter, wahr? Ja, wahr. Sprecher hier. Creepie als hell in hier. Sprecher die Kettensäge ist. Sprecher zu str desempeten. Sprecher du verbreitest. Sprecher die Kettensäge. Es gibt auf jeden Fall weniger Goodies auf dem höheren Spiel. Ich habe leider keine Muni mehr für die leise Waffe. Woher kommen sie? Hey! Es gibt einen Weg raus! Over hier! Für alle raus! Jetzt! Das ist gut! 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 Oh! Das ist gut! 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 Wir haben mal einen Verbandskasten gefunden. Genau richtig. Ausrüstungskiste. Aber wir brauchen definitiv. Brauch ich eine andere Waffe. Das ist scheiße. Ja, wir finden ja gleich eine. Wo sind die? Wir sind ja schon beim Endkampf. Hier sie kommen! Oh, shit! Wir haben keine Chance, wir sind über das Fence. Ich bin nicht sterben, weil ich das Fence habe. Schau mal. Schau mal. Das Traintrack läuft direkt unter der Gate. Wir haben die Traintrack in die Gate. Das kann gut funktionieren. Nehmen wir eine Runde. Ich liege hier. Ja, ist aber auch alter, tiefe Waffen, ne? Ich bringe mal hier. Ah, scheiße. Ich bin ein Creeper. Oh, shit. Er hat gerade geheilt. bist du geheilt ja ja ich wollte eigentlich mich heilen ist egal jetzt ist zu spät ich spreng mal hier automatik schütz ich weiß nicht ob wir die zwei geschütze nicht da oben setzen sollten ich glaube die automatik schütze kannst du gar nicht da oben setzen doch da oben kannst du zwei setzen ich meine nur die manuellen es ist zu spät ich habe es schon gesetzt ich kann es auch nicht mehr zurücksetzen hier ist auch sonst nichts mehr ich habe nur ein statisches weil die da unten die kriegen wir ja nicht nachgeladen ich glaube zwischen den wellen ich glaube hier müssen wir noch heilen wie ich in angel aber vergesse es ich bin es ja selber schuld ach ich habe die spezialmunition noch ja, spezialmunition SCI und Das ist ein guter Typ. Was ist das? ich gehe aufladen da oben das ist es auch fliege du kannst den knopf drücken ja das problem ist allein hier oben jetzt hast du drückt weil wir auch gleich stort hier ja ich denke auch scheiße da ist durch nicht aufgeladen das ist das problem scheiße scheiße mann wir hatten das fast ich brauchte nur bis zur klappe zu laufen dann werden alle respond mann boah bin ich schlecht so ich bin der killer sonst gibt es keine awards ich bin vernichtungsexperte über lebenskünstler dirk ist der entdecker und ich bin der kopfjäger oh ja das ist wirklich kein gutes ergebnis für dich machen wir direkt weiter diesmal schaffen wir es dann stelle ich das geschütz oben auf ich dachte das ging nicht sonst hätte ich es direkt gemacht ich weiß nicht ob du zwei umsetzen kannst aber eins kannst du auf jeden fall setzen aber runterlaufen das geschütz in betrieb zu nehmen ist Mist weil eh du unten bist weil ich kann dich nicht schützen ja da hast du recht ja dann müssen wir nächste mal ein bisschen mehr zeit lassen um vernünftig zu gucken das ist der entdeck oh Oder werden sie geschlossen werden! Und er... Holy shit! Komm schon, creep! so beschissen shit we gotta get off the streets warehouse is on the right could be a way through reloading go 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 Es ist schwer, dass es ihm geht. Schön. Komm, komm zu Mama. Komm zu Mama. Sch creatingen cold. Shut him up! Loading ammo! Ja, das ist ein schwer, Schreiber. Samba, shut up the screamer! Trains. Looks like a subway depot. No vigilantes here. Reloading! Das nervt. Und das zieht ja wirklich was ab, ne? Und zu dritt stehen bleibst. Hey! There's a tunnel under the tracks! Nothing like tight spaces for fighting Zeke. I'm hearing Zeke everywhere. Da ist nur laut. We got a creeper! We're gonna run out of ammo down here! Where are they coming from? Oh, an MP bringt aber auch nix. Oh! Super! Von den eigenen Mann erschossen worden. Was bist du? Vom eigenen Mann erschossen worden. Nee, glaub ich nicht. Doch von der Explosion bin ich ja wichtig. Jaaaa! Wie ist ja irgendeiner schießt die ganze Zeit mit dieser Granatenwaffe. Das war ich gerade. Ah, hier ist ne Dingsvorast Tasche. Oh, ich hab keine andere Waffe mehr. Ja, dann ist es so. Hm. Vielleicht kannst du die von hier nicht treffen. Also ich hab... Muss hochkommen. Hier sind... Hier ist ne andere Waffe. Eine Kampfschrotflinte. Oh. Ja. Die Kampfschritte. Jäger. Die Kampfschritte. Oh! Danke! Es sind diegarten. Ich bin vorne. Nein, nein. Ne? Ja. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Hier ist noch eine Vorratssache Sturmgewehr Sturmgewehr Vorratssache Bleib ruhig. Gewehr. Und wie war der Loot da in dem Container? Nee, ich meine der Container, den ich letztes Mal gesprengt habe. War das sinnig? Der ist ja immer unterschiedlich, ne? Ja, aber zum Beispiel hier die mittlere Tür, die habe ich schon öfters gesprengt. Und die war jedes Mal scheiße. Die hier war immer gut, wenn ich die hier gesprengt habe. Ja, ist auch diesmal wieder. Na, du musst mal gucken, ob du da oben jetzt nochmal so eins setzen kannst. Ja, kann ich. Ach, ich habe schon eine schwerer Waffe. Muss ich gar nicht. Aber jetzt haben wir zwei da oben. Gab es da noch irgendeine Waffe drin, oder? Nee, nur eine Panzerfaust. Und ich habe noch ein Geschütz. Pflanzenkit. Jetzt zeige ich noch den Angel. Muss theoretisch nur einer hier hinten in der Ecke stehen bleiben und einer da. Dann sind wir schon beim Kreuzfeuer. Mhm. Oder ich leg die Spezialmunition noch aus. So, können wir loslegen. Ja. I have. So, wie schwierig. So, ich habe zusammengefahren. So, ich habe noch zwei, ich habe zu werden. Meine Güter! So, ich kann meinen. So, ich kann den movesetzen. The wheel, ich kann den趾aden. Wenn du da. So. So. So, I will. Geht rein! Oh, gross! Stop shooting! Get her back ready! You dick! Watch this! Everybody get some! Get back! Coming in! Get back out! Stay clear the gate! There's too many! We need to get out! Steady! The train's almost ready to ram! Anybody else? The train's almost ready to ram! The train's almost ready to ram! The train's almost ready to ram! It's too much! It's too much better to ram! Yes! Smash! Right through! The gate! Let's go! Watch the bats! fliege er kämpft sich durch lauf weiter ja ich komme hinterher so das war's Puh, kannst du mich heilen? Greeper! Let's go! Ah, Verbandsgästen, das ist sehr gut. Jetzt muss ich unsere beiden Kollegen mal hier noch heilen. Das war ja Kampfgewehr, das bringt mir nichts. Und er ist tot! Danke, er hat mich. Schon noch mal neuer Muni. Jetzt werden nur drei Schuss noch denken. Ach, jetzt müssen wir da durch den Zombiesturm noch durch. Scheiße. Ja, normalerweise kommen noch hier die Angriffswellen. Ja, schau mal diesmal leise. Ja. Ja, anscheinend. So ist er netter. Cool Pop. Du fokst eine Dreier? Ne, das ist eine Zweierstufe. Kampfgewehr! Jawoll! Wo sind wir? Der Räder ist auf der Seite! Follte die Fenster! Zeke sind nach dem Räder! Alle, alle, auf uns! Hier kommen sie! Wo ist die Armee? Die Leute? Vielleicht hat die E-Doc-Center ausgemacht. Die Armee hat die Autoturreter verlassen. Sie haben sie. Wir können die Backup nutzen. Reloading! Na gut. Gut. Na gut. Und so wird der Driss-Center ausgemacht. Und so wird sich das ab цветet. Ja. Hey, diesmal. Ach, der Zick. Vielen Dank! Einmal noch! Bleibs mal! Bleib-Seggert! Loser Zick. Liege, Liege, Liege. Ah, noch ein Verbandskasten. Verbrauch, vergangssche Brauch. Nee, das Ende, das war noch, Anführungsstriche, relativ einfach. Sie können uns jetzt nicht helfen. Ich habe eine Gefanzösung. Ich sehe ein Boot! Es ist nahe. Es gibt eine Wedge zu dem Schiff. Wir beginnen! Code Red, Code Red, ein Code Red, ein Code Red, ein Code Red has been detected en route zu den Positionen. All Personnel zu den Positionen. Ein Code Red has been detected. Das ist nicht ein Drill. Code Red, Code Red, ein Code Red has been detected en route zu den Positionen. All Personnel zu den Positionen. Ein Code Red has been detected. Das ist nicht ein Drill. Ich klicke jetzt gleich. Oh, komm! mal das hinstellen ach jetzt hat er mich geheilt was hast du denn stand mg als automatik ja weil am besten hier oben irgendwo ach da kannst du einsteller als ich nicht gesehen sonst soll ich aber nichts mehr gesehen ja ich auch nicht kannst du aufspringen aber wir haben ja irgendwo bomben gesehen soll ich unten an machen gehen oder gehst ja machst du ich gehe noch mal muni holen ein sturm karabiner hier noch wohl das kampfgewehr ist ja auch dreier stufe aber falls du noch kein dreier stufen gewährst du und ist noch ein sturm karabiner war da oben ja von hier kommen sie scheiß tag hinten komm jetzt von hier da oben Ich schlafe runter. Ich liege. Ich schlafe den Knopf. drücke wir kommen hier runter das ist besser wenn wir hier stehen verteidigen alle zusammen ein das es 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 She's coming in! She won't be spitting anymore. We gotta restart the winch! Scheiße ich tige Scheiße Ich hatte nicht mehr guten Munition Ich hatte nur eine Pistole Fuck Mann wir hatten es fast Die ist aber auch schwer Ja so ist das einfach Ja Ich muss mir überlegen dass wir jetzt Schwereschaftsstufe höher spielen Ja auf jeden Fall Okay Leute das war dann wieder von uns Noch der Zwischenstand Ich bin Killer Dirk ist Schlitzer Ich bin Vernichtungsexperte Dirk ist Kopfjäger Und Entdecker Und Überlebenskünstler Na war ich schon besser Also das war es von uns Ich danke euch fürs Zusehen Schaltet morgen wieder ein Dann versuchen wir Ja zum dritten Mal Bis dann Tschüss